Der Matador aus Erding, Simon Zachelhuber. Der muss sich jetzt natürlich reinkämpfen, reinbeißen hier in diesem Kampf, der Armenia ist unangenehm, aber da ist sie, die Rechte aus dem Nichts. Und wenn Simon jetzt präzise schlägt, dann ist es vorbei und da bricht Salvador Salva den Kampf ab. Simon, der Matador Zachelhuber.